Tropf nass – die Lust an ihrer Pinkelnot Sie hätten sich kaum einen heißeren Tag für ihren Trödelmarktbummel aussuchen können. Nadine und Anni schwitzen, trinken jede Menge und spüren ihre Blasen bald mächtig drücken. Am Schluss erlangt nicht nur der starke Pinkeldrang die Oberhand, sondern auch die Erregung meldet sich bei einer der beiden heftig zu Wort. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen